Ich würde euch sagen, wir starten die Phoenix Group da zu fünft und mal schauen, was dabei rauskommt. Home sweet home. Jetzt erst aufpassen, weil jetzt sind sie hier vorne wieder die Gegners, die wir schon so gut weggeboxt hatten das letzte Mal. Jetzt sind sie wieder da. Und wie gesagt, lieber Livestream-Chat, wenn jemand zu laut ist von den Mitspielern, bitte sagt mir Bescheid im Chat, weil es sollte passen vom Regler her, aber es kann ja sein, dass jemand mal zu laut ist, dann bitte schreit. Okay, ich habe einen Bären eingefroren ein bisschen. Und jetzt verbrenne ich ihn. Okay, nice. Der Loot ist auch schnell weg, man merkt es. Okay, da sind noch ein paar von den freundlichen. Ah, da ist auch noch ein Bär. Machen wir auch den Gefrierschock, der ist super, der Gefrierstrahl ist echt gut. Jetzt läuft es, Alter. Machen wir jetzt so viele Leute, das ist voll der Krampf. Wahnsinn, das geht ab, oder? Ha! Fuck, die Phönix kommt. Ja, also bist du noch im Phönix, wenn wir jetzt so fünf schon locker durchlaufen, oder? Die Phönix ist in der Nacht. Wer heilt denn eigentlich? Der Mario, oder? Ja, Mario heilt. Es fühlt sich gut an, Mario, danke schön. Nebel, die trinke länger. Es fühlt sich gut an. Ah, da sind jetzt zwei Bären, ne? So, okay. Jetzt geht es rund, Leute. Jetzt kommen wir rein, wo wir das letzte Mal Odenlirr auf die Fresse bekommen haben. Heute wird das Ganze etwas anders ablaufen, hoffe ich mal. Wir nutzen mal die ganzen geilen Zauber richtig aus. Woah, woah, woah. Woah, fuck it. Alter, die sind trotzdem krass, ne? Ja, ich bin leicht durch. Ich auch. Leute, haltet durch. Ja, mach mal das Dorr auf, vielleicht. Oben das? Oder meinst du oben das? Nee, ich gehe da oben hin, wo ich letztens war, wo ich überlebt habe. Oh Gott, die ganzen Bären sind hinter mir her. Aber ich glaube, ich bin jetzt auf dem Spot, wo ich keinen Schaden nicht nehme. Leute, ich habe hier oben zwei Bären, die mache ich alleine weg. Ich bin tot. Tschau, Freddy. Okay, erst der Bär ist tot. Leute, ich bin jetzt auf dem Spot hier oben, bei dem Stein. Oh, die ist tot. Die haben sich nicht direkt wegen der Bären! Schalt, die haben die nicht ausgeflogen. Alle durch? Ja, ja, ja. Okay, dann, rein, Jolga! Hä! Er hat mich da hundertgeschubt. Ja, wir müssen sie wieder herlocken und dann runterbrutzeln, ne! Da brauchen wir die andere hin. Okay, irgendwas habe ich getroffen, kein irgendwas, aber irgendwas habe ich getroffen. Ich muss kurz, aua, 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 aua. Darf ich auch mal mit nach vorne? Mir ist lieber lieber du gehst nach vorne, ich werde da gegrillt, ne, so gefühlt. Aua, huch. Runter gehen war ja nicht unbedingt die geilste Idee, aber komm, wenn wir schon da sind, dann machen wir eine richtige Parodie, ne. Don't give up on me. Don't give up, don't give up on me. Taking my time, but I always seem to let you down. How can I show you I'm worthwhile? Wake up at night with a feeling I can get around. I gotta show you my good time. Da ist ja nichts los, oder? Wisst ihr was? Ach, da ist eine. Okay, da wäre eine, Leute. Wenn jemand die Hülle machen will. Danke, Mario. Bitteschön. Okay, sind alle bereit, oder ist jemand away? Sind alle da. Alle da, nice. Jetzt ziehen wir uns die Viecher rein, oder? Und gehen zu den Christen. Okay, Leute. Ich hole mal einen großen Herrn, den rechten. Okay, ich hole den rechten. Den rechten. Okay. Ich hole den linken. Nee, nicht so gleich. Nacheinander. Nein, nein, ich mach was anderes. Und zwar hier hinten hast du nämlich eine, äh ne. Hinten links ist auch was. Wo dich rein, verschanzen. Dankeschön. Aua. Ich hab einen Stein auf dem Schädel bekommen. Aber irgendwie ist hier mehr drin in der Halle. Da waren bei uns letztes Mal nur vier von den großen. Ich bin gut. Ich bin tot. Nein. Das ist nicht gut. Der uralte Wächter ist gleich down. Der hat noch 10.000. Au. Das hat weh getan. Mein Feuer... Ah, jetzt ist der Feuerzauber kaputt. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Da ist schon noch 8.000. 800. Alter. Okay. Letztens haben wir mit mehr, äh, Ding gemacht, ne. Da haben wir immer rausgelockt und einzeln vernichtet. Die ganzen Dinger. War auch nicht ganz verkehrt. Das ist jetzt echt behindert. Hätte ich gedacht, gleich neu machen müssen. Wäre besser gewesen. Okay, machen wir jetzt den großen. Ja. Jetzt kommen die Phönixen, oder wie? Genau. Jetzt kommen die Endpassage, ja. Deswegen müssen wir ein bisschen Zeit geben, dass ich die in das Internet reinlocken kann. Jetzt warten wir bis Bitsche tot ist und dann gehen wir rein. So, sag's bescheiden, wenn's geht. So, jetzt sind sie auf mich. Jetzt können wir rein. Die fliegen bei dir vorbei und kommen zu uns. Hä? Hä? Ja. Die sind voll bei dir vorbei. Schau, du bist alleine da unten. Hä? Hä? Deshalb wollt die Bitsche vorausgehen. Wollen die mich jetzt verarschen? Deshalb wollt die Bitsche vorausgehen. Ich bin dort. Oh Gott. Okay, und jetzt darf man einfach im Kreis machen, immer die Schwerte, oder? Ja. Okay, mach mal. Ich komm bald wieder. Oh, okay, Trendy ist dort. Ja, da werden wir wahrscheinlich alle ein bisschen verreckt, ja? Meinst? Wenn man nur im Kreis läuft, müsste es eigentlich gehen, oder? Oh, Gottes Willen! What the fuck? Der hat mich gar nicht rausgelassen, ne? Da brachte der ganze Heiltag nichts. Ich wollte drauf. Töneli, hast du das Tor offen? Ja, ich mach grad auf. Noch sind sie friedlich. Bist du da, es ist offen. Noch sind sie friedlich. Jetzt hat mich einer gesehen. Tor ist offen. Okay, ich zieh jetzt vorbei und schau zum Hintertor. Ach, da oben schwebt mein Beutel, hab ich grad gesehen. Einer ist bei uns. Ist der bei mir? Ja. Machst du das andere Tor auf, Töneli? Moment. Schieß ihn nicht lang ran. Geh einfach durch. Weil er ist sowieso geil auf mich. Habt ihr ihn, der reingelockt? Ich muss den Wirbel ausfüllen. Äh, warte schon. Dann müsste ich geil auf mich sein. Zweites Tor ist offen zum Durchgehen. Okay, warte, komm schon. Ja. Ich wollte den Himmel rein. So, Achtung, komm mit ihm. Offen, 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 offen. Da ist er, da ist er Ich habe keinen Schaden Doch, es wird runter Alter, da kannst du runter Oh, jetzt ist er drin Ist er in der Höhle, oder was? Ja Ich habe ihn gerade geschickt Okay, aber hier kann man eben gut damage Ja Au Komm nicht zu mir, du Scheißwirbel Ich bin tot Okay Er hat halblife Halbes Leben ungefähr Oh, Wirbel Achtung Oh Gott Oh Gott, nein, 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 nein Ah, fuck Scheißwirbel Er hat nämlich viel Ich sehe nicht, wegen welchem Scheißwasser bin Tot Lass mich mal reinschauen, was er hat Oh Gott Gar nichts Ja, gar nichts Ich habe nichts genommen Der Schatz liegt im Nest Pugino, hi Okay Der Schatz liegt im Nest Und jetzt der Nächste, oder? Ja, auf jeden Fall Ja Wollt der nicht einmal auf mich warten? Ja komm, Udo Glaub mir, für dich ist noch was wichtig Wir müssen ihn eh zurückziehen Hier sind zwei Beutel Ja, das ist von mir und Trinity Ich würde sagen, wir machen das gleiche Spiel Ich würde sagen, wir machen das gleiche Spiel Ja, der Ring ist gut Nur dass wir halt eine Tore Also, sag ich vor Ja, ich gehe voraus, weil ich kann schnell laufen Mit dem Zauber Ja, ich ziehe den in Ich weiß es aber Genau, ihr macht die Tore auch Ich lasse das Genau, ja Ich mache das hintere Pitcher Du bleibst hier Genau, einer das erste, einer das zweite Und dann ziehen wir die Sau rüber Komm rein, put 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 Ja, ich knall ihn schon ab Dann wird er nämlich geil auf uns Und dann kommt er auch Knoch Siehst du das mein ich Au 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 Nein 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 Fuck Er sah ja au au Ich kusch jetzt wieder Nice Hängen drin Ratze runterziehen Ja Schon wieder tot Ok, wir sind hier relativ safe, oder Ratze Ja Hoffe ich Da hast du mir auch noch was übrig Auch Achtung Wirbel, Udo bleib stehen. Der Wirbel kommt nicht rein, ne? Na hoff ich. Udo doch. Ne, noch schauts gut aus. Wir können ja noch ein bissel ums Eck rennen. Wird nicht größer, oder? Okay, so gehts gut. Udo, so gehts. 35.000 hat er noch. Habts mir noch was übrig? Udo, pass auf, er kommt, er kommt. Er macht wieder seinen Wirbel. Udo, er kommt näher. Alter, der Pikla fuß drauf. Komm ums Eck, komm ums Eck. Ich mach jetzt einen Feuerzauber, der geht besser, der macht mehr Damage. Okay, jetzt ist er zu weit weg. Feuerzauber. Die Dreckige. Ja, ist tot. Kann man den jetzt looten? Ne, kann man nicht looten. Ne, geh nicht in den Wirbel rein. Ach ja, stimmt. Alter, ich bin voll vorbei gelaufen einfach, ne. Einfach durchgelaufen. Passt schon. Was macht denn so ein Wirbel, ne? Pfff. Er tötet nur. Er tötet nur, das macht doch nichts. So, lass mich bitte in die Christen reinschauen wegen Stream und so, weil die Leute wollen das natürlich auch sehen. Vielleicht noch meinen Loot gucken. Ja, zu meinen Loot komm ich nicht. Also wenn er noch da wäre, komm ich nicht drauf, weil er fliegt oben. Kommt noch nicht hin. Ne, schreckt. Ja, bei mir ist aufwechster Sack. Hier unten sind so Schätze, Leute. Am Boden die Schätze. Ja, das ist das. Ho, Phoenix, ein Schatz. Okay, ich schau im Rechten rein. Ich nehm den Rechten mit, okay. Der Linker, kann ich auch. Einen für Mario, einen für BJ und Drinity und einen für uns, oder? Es gibt nur zwei, Udo. Es gibt nur zwei. Der Mario. Der macht doch die schnelle Sohle. Mario, du rechts und links. Nice. Okay, potente Mana-Tränke und so. Eher uninteressant. Wow, Leute, Phoenix-Höhle. Jetzt wartet, wartet auf alle. Könnt ihr mal auf mich warten? Ja, warte mal kurz. Hey, jetzt kommt der Phoenix. Geht die Höhle erst Lobos. Ja. Das waren nur so die, 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 die. Ist hier noch ne Kiste oder so? Nee. Hier sollte eigentlich nichts mehr sein, aber nur noch das. Und dann bist du da draußen. Nee. Komm, komm ich echt gut klar damit? Komm ich gut klar. Nochmal, nochmal. Ja, gleich.